Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Stranded und wir wollen heute den Electrical Arc Furnace bauen. Das ist halt so mein Ziel und das habe ich mir überlegt. Wollte ich eigentlich erst hier unten machen zu den anderen Öfen, aber möchte ich hier weiter ausbauen. Sieht nachher kacke aus nur wegen dem einen Ofen, deswegen, ich gehe eine Etage höher, baue das hier irgendwo hin. Allerdings ist immer die Frage, wie funktioniert das? Es ist halt eine Multi-Block Struktur und ich gebe ja gerne zu, ich habe mir dazu natürlich ein Tutorial angeguckt und dieses Tutorial war halt nicht so ganz schlüssig, was ich gesehen habe, aber ich wollte es nicht noch extra weiter suchen. Also ich weiß, du brauchst hier diesen Holoprojektor und du siehst, ich habe mir schon den Electric Arc Furnace eingestellt. Den Holoprojektor brauchst du, das heißt, du kannst hier sneaken, rechte Maustaste und dann hast du hier so eine Liste. Bei mir war das allerdings so, genau, so war das gewesen. Ich habe hier gesucht und getan. Ich denke, Mensch, hier ist doch nichts drauf, du siehst hier gar nicht den Arc Furnace. Ich habe alt geklickt, Shift geklickt, linke Maustaste, rechte Maustaste, das Krollrad und keine Ahnung, bis ich irgendwann mal dahinter kam, dass ich mit der linken Maustaste diesen ganzen Scheiß hier bewegen kann. Alter, ohne Witz, da musst du erst mal hinterkommen. Es steht nirgendwo geschrieben, dass du hier hin und her scrollen kannst. Linke Maustaste. Und da hast du hier auch diesen Electric Arc Furnace. Linke Maustaste einfach drauf gedrückt und schon hast du das hier eingestellt. Siehst du? Holoprojektor. Electric Furnace, das heißt, da unten steht drin, wie viel du brauchst. Da steht drin, was auch immer du machen kannst und so weiter und so fort. Und das Ganze kannst du dann hier irgendwo platzieren. Rechte Maustaste und dann siehst du die erste Etage natürlich. So, ganz einfach. Jetzt haben wir hier zufälligerweise gleich richtig platziert. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Doch, das finde ich, glaube ich, ganz cool, oder? Oder ein weiter nach hinten. Linke Maustaste kannst du wieder abholzen, abbauen. Und jetzt haben wir hier alles gemacht. Achso, zweite Etage haben wir schon gebaut. Ne, auch nicht zweite Etage, sondern wir haben da einfach nur einen höher gesetzt. Okay, pass auf, wir machen den nochmal ganz weg und werden den dahin platzieren. Okay, das war jetzt das, was ich nicht wollte, sondern ich wollte den noch ein weiter nach hinten. Das ist ein bisschen doof jetzt. Du musst wirklich so ein bisschen austendeln, wo du ihn hin haben möchtest. Und zwar da. Da, da. Dann können wir nämlich hier vorne einfach nochmal zumachen und so eine Art, ja keine Ahnung, Fassade oder sowas bauen. So, das heißt, hier steht jetzt drin, was du brauchst im Endeffekt. Das sind alles hier diese Heatproof Bricks. Das heißt, diese Dinger hier. Das heißt, wir können den jetzt quasi hier überall hinsetzen. Muss auch nicht genau machen, außer das. Das muss natürlich weg, ist klar. So, muss auch nicht ganz genau machen, weil du kannst nämlich hier die Schablonen anklicken und dann kriegst du den automatisch gesetzt. So, das war jetzt quasi die erste Etage. Und das Ganze machen wir jetzt mit der zweiten Etage. Was jetzt etwas doof ist. Warte mal, wir müssen mal, glaube ich, irgendwie nochmal was anderes klicken. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Deswegen da bitte. Ah, Shift und Scroll. Mach die zweite Etage. Genau. Oder. 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 Ähm. Finde ich persönlich etwas falsch. Ah, so sieht das ganze Ding also aus. Okay, alles klar. Ähm, warte. Wir haben, oder ich habe zumindest einen Fehler gemacht. Das heißt, ich muss den unten wieder hinsetzen. Das war schon ganz gut. Das heißt, ich muss den mal ganz kurz wieder abbauen, ähm, dass ich den wieder unten platzieren kann. Das ist so, äh, jetzt zumindest mal, zack, der Plan. So. Und dann können wir den nämlich, siehst du, jetzt geht es. Okay. Also, das heißt, du musst den ganz unten platzieren, ganz normal und musst den da auch lassen. Du darfst den jetzt nicht neu anklicken, sondern du gehst hier jetzt in den Sneak, wo es also, äh, Sneak oder Shift und scrollst nur mit dem Mausrad einmal nach oben. Und dann siehst du auch die zweite Etage. Das heißt, hier brauchst du wieder Hit-Proof-Bricks. Ne? Und hier ändert sich das ganze Ding. Das heißt, Hit-Proof oder Input-Hedge oder Output-Hedge. Kannst du machen, wie du willst. So. Da wir jetzt aber, äh, Input-Hedge haben. Input. So. Und dann machen wir hier den Output hin. So. Und da will er den Electric Arc Furnace haben. Das ist dieses Ding. Okay. Den ballern wir da rein. Das ist quasi das Control-Center sozusagen. So. Und den Rest können wir nämlich dann sagen, okay, wir ballern den jetzt hier wieder zu. Mit diesen Heat-Proof-Bricks. Die müssen wir natürlich noch ein bisschen machen. Äh, so ganz ohne kommen wir nicht aus. Heat-Proof- oder Proof-Bricks. Brauchen wir noch ein paar Magma-Creams. Nehmen wir alles mal mit. Kein Thema. So. 16. Ich mach erstmal nur 16. Erstmal nur so viel, wie es irgendwie nötig ist. Ähm, dass ich nicht allzu viel nachher über habe, weißt du? Was sinnvoll ist. Muss ich denn jetzt hier auch mit ausfüllen? So wie es aussieht? Ja, ne? Also ich hätte es drauf gewettet, dass hier ähm, tatsächlich ja, ein Hohlraum entstehen muss. Bin ich ja ganz ehrlich. Hätte ich jetzt echt drauf gewettet. So. Und wieder Shift Ach was. Und hier oben ist jetzt ein... Okay. Okay, okay. Und da entsteht jetzt ein Hohlraum. Ah ja. Okay. Dann ist das so. So. Das haben wir auch. Und da kommt der Deckel... Ah, okay. Alles klar. Da kommt der Deckel um. Was haben wir hier? Copper Coil. Block of Gold. Okay. Gold Coil. Copper Coil. Titanium Coil. Ah ja. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Hier müssen wir noch ein paar Bricks machen. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Proof Brick. Proof Brick. So. Und hier müssen wir jetzt wirklich irgendeinen Coil machen. Warte mal. Coil. Ein Coil. Copper Coil. Elektrum. Gold Coil. Copper Coil. Titanium Coil. Hat das irgendwas zu sagen? Auszusagen? Was da Sinn macht? Oder ist das egal, was ich mache? Weil dann würde ich nämlich, glaube ich, schon... Ups. Würde ich nämlich, glaube ich, schon mich für das Copper Coil... Äh, das Gold Coil entscheiden. Eins, zwei, drei. So. Und würde dich da hinsetzen, dich da hinsetzen und dich da hinsetzen. So. Weiter geht's. Nächste Etage. Und dann haben wir hier oben... Und dann haben wir hier oben... Ah, ein Power Plug. Und das ist... Auch ein Power Input Plug. Und das hier? Power Input. Haben wir einen zu wenig? Power In... Put Plug. Müssen wir da nochmal einen von machen, auf jeden Fall. Okay. So. Hat da. Brauchen wir so viele Eingänge? Alter. Na gut. Dann machen wir das halt so. Und es reicht nicht. Ich brauche tatsächlich noch... Leute, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Heats. Proof Bricks. Jetzt mache ich nochmal 16 Stück für zwei Einzelne, die ich noch brauche. So. Und fertig wäre jetzt der Multi-Coil. Äh, der Multi-Block. Da ist er, Leute. Da ist er. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Strom dran. Und dann sollten wir damit eigentlich... Ja, unser Silizio oder Silikon herstellen können, was wir brauchen. Was er hier jetzt verlangt. Hier, ne? Beim Crystalizer. Der Silikon-Bowl. Das brauchen wir schon. Damit können wir auf jeden Fall... So baut man auf jeden Fall, habe ich jetzt gelernt, ein Electric Arc Furnace. Ja, da habe ich, wie gesagt, mir lange genug jetzt ein Tutorial zu angehen. Ich habe hier geguckt, dass ich da zurechtkomme. Ähm, das heißt, wir bauen jetzt nochmal ein... Ja, bevor ich jetzt hier Kabel hochlege, ne? Macht es natürlich Sinn, nochmal so ein Dimensional Trans-Reciper zu bauen, ne? Warte mal. ME-Interface. Crafting Terminal. Habe ich da ein Rezept für? Ne, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Dann machen wir das nochmal ganz fix. Dimensional Trans-Reciper. Ein Ender-Resonator. Ey, jedes Mal Ender... Ach, haben wir sogar. Warte mal. Können wir den dann... Lul. Und dann brauchen wir noch, ähm... Chondroids. Brauchen wir denn da so einen großen? Ne, ne? Da können wir doch auch die normalen zunehmen. Warte mal. Und dann können wir dann nochmal ganz schnell hocheiern und können gucken, ob wir da Strom drauf kriegen. So. Ja, herzlichen Glückwunsch. Huch. So, dann setzen wir den... Orvis Active. Strom. Receive. So, dann haben wir da schon mal Strom jetzt raus. Dann brauchen wir... Kommen wir hier. Eins. Ja, 10.000 Power. 30.000 brauchen wir. Deswegen diese drei Anschlüsse. Alles klar. Mit diesen drei Anschlüssen bekommt er dann eben halt auch... Nein. Einmal Fälsch gesetzt. Dankeschön. Jetzt hoffentlich diese 30.000 Strom, die er braucht. Richtig. Jo, da haben wir so 30.000 Strom. Und da haben wir einen Einschalter. So, jetzt hat er Saft. Kann man den Tune? Keine Ahnung. So, jetzt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, haben wir aus Sand. Haben wir hier so ein bisschen. Ein Input. Schmeißen das ganze Ding da rein. Und da brennt er auch. Und dann... Wie kann ich den Tune? Das dauert... Dauert das so lange? Also, einen hat er auf jeden Fall reingezogen und er brennt auch irgendwas. Okay. 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 Ist nämlich jetzt die große Frage... Macht der wirklich was oder ist er nur so da? Er hat auch nirgendwo eine... Ach, da kommt gerade was hoch. Hast du das gesehen? Nein. Okay. Das heißt, sobald er dann voll ist, packt er dann hier irgendwas rein. Okay. Und wann zieht er sich neu nach? Okay. Er macht auf jeden Fall. Irgendwas macht er. Ich weiß nur noch nicht was. Okay, Leute. Dann würde ich sagen... Machen wir eine Folgenpause. Ich lasse den Sand mal durchlatschen. Wenn ihr wisst, wie ich das Ding tunen kann. Wie es ein bisschen schneller geht. Würde ich mich darüber freuen, dass wir das irgendwie... Ja, noch tunen könnten. Dass wir nicht ganz so lange warten müssen. Weil jetzt kann ich glaube ich erst mal drei Tage warten, bis er das hier durchgelutscht hat. Okay. Pass auf. Dann machen wir da noch ein bisschen mehr Sand. Mehr Sand. So. Setzen wir das auch noch mit da rein. Dass er das mal einmal durchkaut. Und dann... Ja, sehen wir uns hoffentlich morgen wieder zur nächsten Folge. Wenn er bis dahin fertig ist. Danke fürs Zuschauen. Bewertet den Part. Ja, wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da. Und ansonsten bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.